Ahoi! Ich bin Florian Karow und ich trete hier im Wahlkreis 11 für die Piraten Dresden, für die Stadtrats- und die Stadtbezirksbeiratswahl an. Viele Menschen haben ein schlechtes Bild von Gorbitz. Dabei gibt es hier wirklich schöne Ecken. Und wir haben viel Stadtgrün, trotz hoher Bewahrungsdichte. Wir haben eine gute ÖPNV-Einbindung und man kommt hier auch gut zu Fuß oder mit dem Rad durch. Trotzdem können wir natürlich auch noch vieles verbessern. Und damit Gorbitz in Zukunft noch schöner wird, könnte man beispielsweise Begegnungsorte schaffen, in denen man sich in der Freizeit treffen kann. Beispielsweise Cafés oder Sozialräume oder Hackspaces, Make Spaces. Und damit das Realität wird, am 9.6. Piraten wählen. Am 9. Juni Piraten wählen.